Mission 4 schickt uns auf die nächste Insel, dieses Mal mit etwas großzügigeren Startvorgaben. Diese sind auch absolut notwendig und obwohl sich die römische Siedlung, die wir zerstören sollen, auf einer anderen Insel befindet, sind wir auf unserer Insel trotzdem nicht sicher. Je nach Schwierigkeit und Glück erscheinen alle 20 bis 30 Minuten zwei römische Kriegsschiffe, die jeweils eine Truppe Soldaten auf unserer Insel spawnen. Es gibt außerdem eine römische Burg auf unserer Insel, die aber nur als Rückzugsaus für überlebende Burgenschützen zu dienen scheint. Darüber hinaus scheint sie keinem weiteren Sekt zu dienen. Es gibt außerdem eine weitere Insel mit Goldbarren und zahlreichen römischen Soldaten, die wir aber getrost ignorieren können. Es gibt zwei Gebirge auf unserer Insel, das im Norden hält alle Rohstoffe einschließlich Nuzlosium, aber das Eisen ist etwas ungünstig platziert. Deshalb habe ich lieber das südliche Gebirge verwendet, wo wir ebenfalls alle Rohstoffe mit Ausnahme von Nuzlosium finden können. Allerdings sollten wir früh drei Pioniere losschicken, um das Gold zu sichern, weil die Küste schwer bis gar nicht bebaut werden kann. Auf Normal haben wir nur 20 bis 25 Minuten bis zum ersten Angriff, also werden wir unsere Siedlung möglichst schnell hochziehen müssen. Verdoppelt dazu auf jeden Fall die Anzahl eurer Bauarbeiter und Planierer. Die ersten Trupps bestehen nur als jeweils fünf Soldaten, von denen die meisten Burgenschützen und Sanitäter sind, aber jeder darauf folgenden Trupp wird immer mehr Soldaten bekommen. Außerdem starten die Römer direkt mit 100% Kampfkraft, ihr habt also nur einen bedingten Heimvorteil. Ich habe meine Verteidigung im Süden der Karte gebündelt, die beiden Angriffsdrucks kamen nie gleichzeitig dort an, was die Sache etwas erleichtert. Theoretisch könnte man gegen die Angriffe vorgehen, indem man die Kriegsschiffe vor Erreichen ihres Ziels abfängt. Ich selbst war damit jedoch nicht sehr erfolgreich, da ich mich die genauen Routen oder Spawnpunkte angesehen habe. Außerdem setzt dies eine Mana-Produktion voraus, weil die Wikinger Mana als Munition verwenden. Dafür richten ihre Kriegsmaschinen und Kriegsschiffe auch mit deutlichen Abstand den meisten Schaden an. Da wir auf Fähren angewiesen sind, brauchen wir Level-3-Soldaten und mindestens 100% Kampfkraft. Ähnlich wie in der vorherigen Mission wird die Römer-Siedlung weitere Soldaten produzieren, aber auch hier haben wir die Möglichkeit, mit Deben und Bogenschützen die feindlichen Schwertkämpfer zu eliminieren. Sobald das geschehen ist, können wir unsere Bogenschützen an einem minimal besetzten feindlichen Turm parken und so ihre Patrouillen dezimieren. Etwa 200 der feindlichen Soldaten befinden sich in Türmen oder auf der einsamen Insel. Soweit diese Zahl erreicht ist, ist die Siedlung also nahezu wehrlos. Beachtet aber, dass die Römer auch Priester besitzen. Level-3-Soldaten können zwar einem Blitzschlag widerstehen, sind aber anfällig für den Bekehrungszauber. Denkt daran, dass ihr als Wikinger zahlreiche Möglichkeiten habt, um gegen Türme vorzugehen. Eure Kriegsschiffe können große Türme in Küstennähe mit zwei Schüssen zerstören. Axtkämpfer zerstören jede turmbasierte Verteidigung in Rekordzeit und außer der feindlichen Burg kann kein Gebäude Thor's Hammerstand halten. Sobald die Römer besiegt sind, könnt ihr die letzte Mission dieser Kampagne starten.